Yo, Leute, euer KSBOYS wieder, berg am Start für euch. Hallo meine ihr Freunde, heute mach ich mal wieder ein Video. Und zwar, ja, heute kommen drei Videos, Leute. Nicht fünf Videos, weil ich muss um 15 Uhr, muss ich dann zu meiner Tante gehen. Und deswegen machen wir heute drei Videos. Und das Video nämlich um 13.19 Uhr, oder um 13.20 Uhr, keine Ahnung. Und ich auf Flohmarkt, Leute. Und also heute ist bei uns Flohmarkt der 2. April Sonntag. Also Sonntag, also ich weiß nicht wann, also so, keine Ahnung wann, ab Flohmarkt ist. Aber ich weiß, dass es Sonntag, nur Sonntag ist. Und ich hab mir zwei Sachen eingekauft. Wollte ich jetzt mal mit euch gemeinsam, möchte ich euch zeigen. Und ich hab, ich hab auch schon gespielt, also die Spiele zeig ich euch jetzt mal. Und ich hab ein neues Spiel, und das heißt Call of Duty Ghost, Leute. Ich hab mal früher einen Sega Hussein Kanal, Leute. Und da hab ich auch mal das Spiel gehabt. Aber jetzt deswegen verschwunden, hab ich mir neu von Flohmarkt für 5 Euro geholt. Richtig billig, Leute. Und das wurde nicht benutzt. Leute, wirklich, das wurde nicht benutzt. Der Typ hat gesagt, das ist richtig alt, das Spiel ist, dann gebe ich dir das für 5 Euro. Das wurde nicht benutzt. Aber ich stand auch, du musst dein Spielbild eingeben. Das war echt neu. Guck mal, hier ist das Spiel noch drinne. Ghost. Grüß dich, die Ghost. Und die zweite Sache wäre, Leute, ein Pupsi-Kissen. Keine Ahnung, hat mir so eine, hat mir jemand geschenkt einfach. Aber, also, das hat gar nichts gekostet. Die Frau hat einfach das geschenkt. Ein Pupsi-Kissen. Warte mal, das kann auch blähen. Okay, warte. Guck, hab grad gebläht, man kann einen richtigen, coolen Prank drauf machen. Warte. Manchmal funktioniert nicht, okay. Gut, Leute, das war's. Hier, wenn ihr euch gefallen habt, gebt ein Auge und dann sehen uns wieder bei dem nächsten Video. Ciao.